Wir sind das Duo Musica Abde Vienna an der Giga Marie-Louise Mouton. Mein Name ist Urs Gehrmann. Die meisten von euch kennen uns sicher schon. Wir haben eigentlich in allen Heim schon mehr als einmal gespielt. Es ist für uns eine grosse Ehre, dass wir für euch spielen dürfen. Wir haben ein fröhlichsaftes wienerisches Programm zusammengestellt. Leider können wir das mit der Corona-Krise zusammen nicht im gleichen Raum aufführen. Das ist wirklich schade und tut uns leid. Sie hören als erstes das frühe Lied, wenn der weisse Flieger wieder blüht. Das ist die Frage. Das ist die Frage. Amen. Amen.